Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zum Wetter vor 8. Dieses unglaubliche Frühlingswetter mit so viel Sonnenschein, es geht weiter. Wobei, es wird ein paar kleine Änderungen geben, auf die ich gleich zu sprechen komme. Etwas ganz Typisches, ein typisches Merkmal für diese trockene Frühlingsluft sind große Temperaturunterschiede zwischen einem kalten, frostigen Morgen und einem relativ warmen Nachmittag. Das hier sind die Orte, die heute die größten Temperaturunterschiede hatten. Übrigens, Temperaturdifferenzen werden korrekterweise in Kelvin und nicht in Grad Celsius angegeben. Aber der Wert letztlich ist der gleiche. In Pernennig im Saarland 22,9 Grad als Temperaturunterschied. In Rheinau in Baden-Württemberg 22,1, genauso wie in Worms in Lüdinghausen in Nordrhein-Westfalen waren es 21,7 Kelvin. Etwas Typisches, damit so etwas zustande kommen kann, ist vor allem die trockene Luft. Trockene Luft zu Beginn des Frühlings und trockene Luft sieht eben so aus. Viele Menschen hatten auch heute wieder in Deutschland einen weitestgehend wolkenfreien Tag, abgesehen von diesen wenigen dünnen Wolken, die es hier im Nordosten gab. Dann passiert etwas anderes. Wenn es so trocken ist, vor allem in unseren Mittelgebirgen, dann gehen wir mal dichter ran, dann bleibt der Schnee länger liegen und schmilzt nicht so schnell weg. Das, was wir hier sehen, diese kleinen weiß-grauen Flecken, das ist die Rhön zum Beispiel. Wir sehen ein paar Schneeflecken hier im Thüringer Wald oder auch im Rothaar-Gebirge, im Hochsauerland. Im Erzgebirge sehen wir Schnee und auch hier unten am Bildrand noch zu sehen der Bayerische Wald. Heute Morgen wurden zum Beispiel folgende Schneehöhen gemessen. Auf dem Fichtelberg 70 Zentimeter, der große Arbe 1,69 Meter, der kahle Asten ist dort 17 Zentimeter immerhin noch. In Zinnwald-Georgenfeld 36, auf der Schmücke 65 und auf der Wasserkuppe in der Rhön 33 Zentimeter. Da habe ich mir mal die Frage gestellt, im Zuge des Klimawandels, wie verändert sich eigentlich die Schneelage in unserem Mittelgebirgen? Fangen wir mal an mit dem Kahn-Asten. Das hier ist nicht die Schneehöhe, diese blauen Balken. Das sind die Tage, in denen es eine Schneedecke gab in den Wintern, und zwar seit 1927. Und diese rote Linie ist das gleitende 20-jährige Mittel. In den 70er und 80er Jahren hatten wir auf dem Kahn-Asten rund 140 Schneetage, also Tage mit einer Schneedecke. Aktuell sind wir im Mittel nur noch bei rund 100 Tagen. Springen wir mal ins Osterzgebirge, nach Zinnwald-Georgenfeld. Da ist die Messreihe nicht ganz so lang, aber auch hier sehen wir eine eindeutige Abnahme über die letzten Jahrzehnte von rund 160. Solcher Schneetage runter auf zum Teil unter 100. Und jetzt weg vom Winter hin zum Frühling. Wobei, die Nacht wird eher winterlich, denn sie wird frostig. Erneut sternklare Nacht und die Temperaturen gehen erneut verbreitet in den frostigen Bereich zurück. Minus ein bis minus sieben Grad nur im Westen, bleibt die Nacht weitestgehend schon frostfrei. Morgen starten wir dann noch einmal in einen sonnigen Tag, verbreitet noch einmal ohne Wolken, außer im Südwesten. Hier kommen jetzt doch langsam die atlantischen Tiefausläufer näher, auch wenn sie zunächst nur lockere Wolkenfelder bringen. Der morgige Nachmittag wird dann im gesamten Westen und Südwesten auf jeden Fall schon deutlich mehr Wolken zeigen. Der große Rest bekommt einfach nach wie vor blauen Himmel und viel Sonnenschein. Die Temperaturen. In der Osthälfte bleibt es eher kühl, nur einstellige Höchstwerte 5 bis 9 Grad. In der Westhälfte sind es 11 bis 16 Grad. Der Wind, ein wichtiges Thema, der weht recht frisch aus südöstlichen Richtungen. Und vor allem im Erzgebirge kann es verbreitet Sturmböen geben, auf den höchsten Bergen, Fichtelberg, auf dem Auersberg, sogar Orkanböen. Also hier aufpassen, das ist morgen sehr stürmisch. Die weiteren Aussichten. Viel Sonnenschein am Wochenende, am Samstag und Sonntag für die meisten Menschen bei bis zu 17 Grad. Im Westen allerdings wird es eher ein stark bewölkter Eindruck sein. Vielleicht fallen am Sonntag auch die ersten Tropfen im äußersten Westen. Ab Montag wird es auf jeden Fall wechselhafter weitergehen. Ich wünsche noch einen schönen Abend.